Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin der Toto und los geht's mit der Digis Adventure Dinosaurier Grabung. Dann wollen wir mal gucken, was uns da erwartet. Ich gehe zum Museum. Aber ich glaube, ich sollte erst mal ein Schlückchen von dem Speed Trank nehmen. So. Oh, hm hm hm. Was ist mit dir? Gar nichts gut. Ja. Okay. Okay. Spricht mit Museumsdirektor. Jetzt brauchen wir nur noch die Dinosaurier. Dinosaurier mit Hilfe der Paläontologen. Sammle 60 Dinosaurier Eier. Okay. Okay. Und dann gucken wir mal, was da drin ist. Erst. Ja. Aber ich mache erstmal hier alles leer. Okay. Ähm. Kann ich dich um einen Gefall bitten? Ja, ich habe mein Mittagessenhunden vergessen. Könntest du es mir bringen, meine Posten, die jetzt du verlassen würde? Mhm. Einen schlechten Eindruck machen. Ja, mache ich gleich. Das war da, aber die Zimmer zu dekorieren. Könntest du mir bitte das letzte Baguette Requisiten aus dem Keller bringen? Dann gehen wir jetzt erstmal da runter. Na cool. Was haben wir denn da? Okay, dann müssen wir ein paar Schlüssel rum. Was haben wir denn hier? Was bedeutet der Name Tyrannosaurus? Unterdrückender Stier, kleine Waffen, Tyrannenechse. Dann würde ich mal behaupten, dass ich die Tyrannenechse. Ich habe da keine Ahnung. Wenn es nicht stimmt, finden wir raus, was passiert. Okay. Das war der Schlüssel Nummer 1. So. Ähm. Was haben wir da? In welchem Zeitalter lebt der Triceratops? Ach du Scheiße. Die Dinosaurierzeit. Mitteljura. Späte Kreide. Ich gehe mal auf den unteren Bereich. Mitteljura. Quartier. Späte Kreidezeit. Quartier. Ja. Ja. Entweder das oder Kreide. Ja. Okay. Es gibt also Strafsteine. Doch in der Kreidezeit. Gut. Zorn. So. In welcher Zeitperiode gehörte das Alter von 150 Millionen Jahre? Jura. 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 Rote Zeucum. Trias. Also Jura kann es eigentlich nicht sein. Dann hätte man das da oben im Jahr gehabt. Dann gehe ich jetzt mal auf Trias. Ja. Warte, schonmal nichts. Auch nicht. Doch Jura. Ok. 75. Ja. Also. Jut. Ach da haben wir noch einen vergessen. Dann nehmen wir den auch noch mit. ja und da ist ja hätte ich mir fast gedacht ja ja okay dann mache ich den jetzt auch noch hier okay das thema ist also ich kann dem riemessen büttjoo ja 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 ich behaupte mal wer muss da hin Nun tun wir den mal direkt darüber. Es geht nicht anders. Nein, das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht. Nein, das geht nicht. Das geht nicht. Das geht nicht. Muss ich gleich mal gucken. Okay. So. So, dann schauen wir mal. Hier haben wir jetzt irgendwo. Ja, klar. Einmal. Zweimal. So. Dir geht nicht, also musst du es sein. So, das war's. Du achter, da steht auch noch einer. Okay. Ähm. Ja, okay. J Tao. Das bist du. 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 So. Okay, jetzt geht es hier weiter. Jus, so. Da sind wir soweit, okay. Ich wollte die Systeme aufräumen, bis ich wusste. Könntest du mir bitte runtergehen und den Besen finden? Okay. Nein. So. Ja. Okay, pass auf. Dann muss ich mir den auf die Seite schieben. Dann schiebe ich mir den nochmal. Ah, ich sehe da gerade was. Okay, du gehst mal da rüber. Na. Okay. Ich habe da einfach mal der Schauplatziert, kommt da hin. Mal das Spielzeug und Spielzeug. Der Wald dürfte dann da hinkommen. Okay. Die Aubergine. Die tue ich mal da rüber. Da kommen die Eier hin. Okay, mir war das nicht gut. Na, nehme ich doch das Ei da wohl mit. Jut. So. Dann hole ich mir hier den Besen. Jut. Jut. Okay, gut. Dann gucken wir jetzt mal, wo fangen wir an. Am besten direkt hier. Mal gucken, was hast du mir zu erzählen. Auf der Karte sind 30 Fossilienfundställe und unser Institut für Dinosaurologie eingezeichnet, wo du herausfinden kannst, welche Fundstellen Dinosaurierknochen enthalten. An den Fossilienfundorten gesammelte Knochen können von den Paläontologen, die die Dioramen bewachen, gegen Dinosauriermünzen eingetauscht werden. Ah, okay. Achso, das heißt, du musst also, da nehmen wir die drei noch mit, du musst also erst mal die Knochen sammeln, um an die Fotos dran zu kommen. Öfter mal was Neues. So, Knochensammler. Ähm, okay. Dann lasst mir ein Like und ein Abo da, folgt mir auf meinen Kanälen auf YouTube, auf Twitch und auf Kik. Gleich geht's hier weiter. Bis dahin. Und tschüss, sagt der Toto.